Musik 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 Guten Morgen, ihr Lieben, wir sind da, weil ich in einem kleinen Video wieder mal, ja, Anlass dazu ist dieses Wochenende, dass unser Partner unter dem Groupie all seine Führungskräfte ab dem Position Teamkoordinator sowie auch mit dem Sozialdirektoren Vice President Group zu einem kleinen Wochenend-Event nach der Miami-Operation eingeladen hat. Wir beide können von überall aus arbeiten, somit unsere Lebenszeit mehr genießen. Ja, zum Beispiel von zu Hause aus dem Büro oder aber auch hier aus Miami Beach. Das ist es doch, was wir wollen, oder? Ganz genau. 14. bis 15. April. Wir haben unser Ticket. Heute ist es soweit. Heute ist der 14. Samstag, morgens um 9 Uhr. Nach einer Stunde Zeit etwas zu frühstücken und dann melden wir uns zurück von der Konferenz aus. Ich bin auch sehr glücklich, dass wir so viele verschiedene Länder sehen. Ich höre, dass wir fast 20 verschiedene Länder hier haben. Das ist sehr beeindruckend. Und ich denke, dass ich euch, wenn wir am Ende morgen kommen, dass diese zwei Tage werden, dass es die meisten beeindruckende Business-Dage in deinem Karriere und in deinem Leben hier wird. Es ist ein unglaubliches Programm, wir haben uns zusammengefasst. Wir wählen einfach die Worte. Der Ein Der Ein Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017